Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet, kleiner Reminder, heute 18.45 Uhr, ich weiß, ganz ungewohnte Uhrzeit, gibt's heute um 18.45 Uhr den Livestream, auch nur eine Stunde, weil ich danach noch was vorhabe. Aber ansonsten 18.45 Uhr live auf YouTube, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt schon mal unten in die Kommentare rein, ansonsten lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir starten sofort durch. Momentan traden wir bei ungefähr 43.400 US-Dollar, wir konsolidieren hier weiterhin hier oben in diesem Bereich. Wir hatten gestern nochmal einen Peak bis auf über 45.000 US-Dollar, der sofort wieder abverkauft wurde. Volumen war wieder krass, also wir sehen hier weiterhin die Volumenpeaks, das Volumen nimmt weiterhin zu. Abfallendes Volumen haben wir zwar auch immer mal wieder so zwischendrin, ist aber klar, aber wir schaffen es einfach momentan nicht über diese Widerstände hier oben drüber zu kommen. Wir haben jetzt den ersten Widerstand durchgedrungen, haben aber hier schon die nächste Supply und nach oben hin bis ungefähr 48.500 US-Dollar wird es einfach nicht besser. Es ist wirklich fraglich, ob wir hier wirklich genug Power jetzt dahinter kriegen, auch weil der RSI hier mittlerweile bei über 60 ist, also immer noch bei über 60, sage ich mal, und somit auch noch relativ hoch ist, ob wir das wirklich hier schaffen, direkt drüber zu kommen. Ich bin da momentan etwas skeptisch, würde aber jetzt, sage ich mal, jetzt nicht ausschließen, dass wir hier zumindest nochmal ein bisschen höher kommen, vielleicht sogar in den 47.000er Bereich, einfach um diese Widerstände mal rauszunehmen, dann eine Korrektur sehen und dann vielleicht auch wirklich hier in diesem Bereich von ungefähr 40.000 US-Dollar, es wäre dann ungefähr 20, 25% Korrektur. Wäre vielleicht nicht verkehrt, um dann hier wirklich, nachdem wir dann gar keine Widerstände fast mehr da oben haben, wirklich dann die endgültige Trennwende festzustellen. Wir sind hier immer noch relativ an dieser Neckline, haben es noch nicht geschafft, die Neckline endgültig zu durchbrechen von unserem Double Bottom Pattern auf dem Daily, wie gesagt, auf dem 4-Stunden-Chart, relativ weit oben der RSI. Wir bilden immer wieder höhere Hochs, aber auf dem RSI halt tiefere Tiefs. Also das heißt, wir haben jetzt hier erstmal Bearish-Divergence-Multiple auf jeden Fall mehrere da. Erster Step wäre weiterhin hier für mich dieser Bereich um 41.000 US-Dollar. Warum? Hier liegt eine 1-Stunden-2-Stunden-Demand-Zone. Der 200er SMA auf den 4-Stunden kommt hier immer näher, plus der Monats-Pivot ist hier auch noch drin. Und das ehemalige Golden Pocket liegt hier auch noch. Also müssen wir jetzt wirklich mal darauf achten. Ansonsten, wenn wir jetzt mal dieses größere Golden Pocket jetzt mal wegnehmen ganz kurz, können wir uns auch noch ein kleineres mal zur Hilfestellung nehmen, wo der Pump angefangen hat, bis zu unserem vorzeitigen Hoch jetzt momentan. Dann würde dieser Bereich zwischen 40.000 US-Dollar auch noch interessant werden. Das heißt, die ersten Steps sind jetzt erstmal hier die 41.000 US-Dollar. Wenn man eine Long-Position aufbauen will, hier vielleicht um den Monats-Pivot. Ansonsten, Next Step wäre hier wirklich dieser Bereich um 40.000 US-Dollar. Einfach, weil hier dieses kleinere Golden Pocket, also das untergeordnete Golden Pocket noch liegt. Gerne aufgefüllt. Wir würden ein höheres Tief bilden. Auch bullisch wiederum, nachdem wir hier eigentlich schon ein höheres Tief gebildet haben, würden wir nach der nächsten Aufwärtsbewegung das nächste höhere Tief bilden. Damit bleibt die Struktur auch am Laufen. Also wir können dann auch gerne mal hier eine Abtrend-Linie ziehen. Wenn man das so machen kann am besten. Einfach jetzt mal so grob. Dann würden wir auch hier wieder perfekt mit dem Abtrend konsolidieren in diesem Golden Pocket. Das heißt, dieser Bereich um 40.000 US-Dollar wird auf jeden Fall interessant. Auch weil der 200er SMA, der 200er EMA hier in diesem Bereich liegen heißt, wenn wir uns jetzt hier unsere Long- oder Short-Position halt hier immer überlegen, wären das halt hier 2% Risk-Management beim 200er SMA. Klar, bei Bitcoin ist der nicht so effektiv, aber man kann es probieren theoretisch. Deswegen, diese Bereiche sind für mich momentan entscheidend. 41.000 und 40.000 US-Dollar. Tiefer sollten wir ehrlich gesagt nicht. Dann wäre nur noch die Möglichkeit der nächste Step 38.4. Halte ich jetzt aber dann nicht mehr für so ultra-bullish, wenn wir da jetzt nochmal tief runterkommen. Also kurzer Blick nach unten. Schauen wir uns nochmal an, was das Prozentuale von den laufenden Kursen wären. Wären ungefähr 8%. Ist jetzt nichts Großes, sag ich mal. Ein Tag, wo es einfach mal ein bisschen runter geht. Ansonsten und dann hier die Trendwinde einläuten. Und dann mit neuen Schwungen, mit höheren Tiefen, mit einer neuen Trendbestätigung, sag ich mal, wirklich diese Widerstande hier oben attackieren. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz auf dem Daily an, wie das momentan hier aussieht. Also ihr seht hier einfach weiterhin, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben weiterhin unseren doppelten Boden. Klar, wir kämpfen hier einfach mit der Neckline. RSI auf dem Daily, jetzt auch ein bisschen abgekühlt, aber auch hier sind wir schon wieder bei 57. Das heißt, so ein kleiner Schubs nach unten wäre überhaupt nicht bearish. Ihr seht es hier, auf dem Daily passt die Linie, sag ich mal, dieser Abtrend noch besser. Retest hier unten, Abtrend fortsetzen, dann mit Schwung nach oben. Und dann diese ganzen Widerstände hier oben, 49, 50k rausnehmen. Und dann könnten wir wirklich relativ flott, sobald wir hier diesen Bereich um 52k da mal geknackt haben, wirklich schnell in den Bereich um 56, 57k gehen. Und dann wird es wirklich interessant, ob wir hier diesen Bullenmarkt fortsetzen können, weil wir dann den sogenannten Deadcat Bounce hatten. Aber dafür ist es doch zu früh, sag ich mal, jetzt näher darauf einzugehen. Da gehen wir dann in den nächsten Videos am besten mal näher darauf ein, sobald wir hier wirklich in diese Region vorstoßen sollten. Gut, mehr gibt es sonst bei Bitcoin nicht zu sagen, können wir dann heute Abend nochmal etwas ausführlicher besprechen. Ansonsten, Ethereum, huch, wollte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht, bestätigt hier momentan, sag ich mal, ist hier wieder in diesem Golden Pocket, was jetzt auch für mich nicht mehr so relevant ist. Wir bestätigen hier auch nochmal dieses Inverse Head & Shoulders. Also Ethereum bin ich momentan sogar ein bisschen enttäuscht. Die Altcoins ziehen nicht so wirklich nach. Also wir haben so Ausreißer wie Luna oder Phantom, wo wir dann gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, die doch ein bisschen höher pushen. Aber Ethereum momentan, nee, also wir haben dieses schöne Inverse Head & Shoulders. Wir hatten eigentlich hier schönes Breakout-Volumen, aber jetzt momentan fehlt einfach hier der Sprung. Wäre Möglichkeit, dass wir jetzt nochmal in Richtung 200 der SMA bis Monats-Pivot hier unten gehen bei 2800 US-Dollar. Ansonsten können wir uns auch mal hier ein kleineres Golden Pocket nehmen, beziehungsweise ein kleineres Fibonacci-Tool ziehen von der Aufwärtsbewegung bis nach oben. Und da können wir auch sehen, dieser Bereich, also das kleinere Golden Pocket würde hier im Bereich der 2015, von der 2600 US-Dollar liegen. Von den Prozenten können wir uns das gerne mal angucken, was das passt. So 12% würde bei einer 10% Korrektur bei Bitcoin ungefähr dann auch hinkommen. Deswegen, also wir würden dann auch hier noch ein höheres Tief bilden. Wäre interessant. Aber um diesen Abtrend, sage ich mal, hier fortzusetzen, wäre es eigentlich nicht so prickelnd, wenn wir jetzt hier ganz tief runtergehen. Also hier wäre erstmal Worst Case, 2760 US-Dollar, wo dann im Rahmen wäre, sage ich mal, wo wir dann einen Bounce sehen könnten. Gut, schauen wir uns noch ein paar Altcoins an, was wir gerade schon angesprochen haben. Phantom, haben wir ja gestern früh im Video schon angesprochen. Habe ich gesagt, okay, hier diese Region, 4 Stunden Supply-Zone in diesem Bereich, 2,07 Dollar, bitte Profite nehmen. Wer es gemacht hat, herzlichen Glückwunsch. Wir sind nämlich genau hier abgeprallt. Best Case wäre dann gewesen, 2,14 Dollar, da sind wir gar nicht hingekommen. Volumen halt absolut grauenhaft. RSI absolut übergekauft sogar momentan. Wenig Volumen. Heißt, Gegenbewegung nach unten. Hier wird jetzt dieser Bereich um 1,82 Dollar erst nochmal für mich persönlich interessant. Wir halten hier momentan noch den 200er SMA. RSI ist aber relativ hoch. Heißt, mir wäre es sogar lieber nochmal ein bisschen ein Stückchen weiter nach unten zu gehen. Also in die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Und dann neuen Versuch starten, hier diese Widerstände rauszunehmen. Aber 2,07 Dollar war einfach gestern Maximum. Habe ich da noch gestern nochmal in die Telegram-Gruppe reingeschrieben. Nehmt einfach Profite hier. Stop-Loss-Entry und gut ist. War halt genau hier in dieser 4-Stunden-Supply-Zone. Ansonsten schauen wir uns noch kurz Luna an. Luna haben wir ja immer noch unseren Ding, dass wir den Abtrend mal retesten sollten. Wir konsolidieren hier einfach momentan. Der RSI kühlt ein bisschen ab. Wir bilden aber höherer hoch. Das heißt, wir haben auch hier übergeordnet erst einmal eine Bearish Divergence. Der Trend hält noch. Wir haben aber auch noch keinen Retest gesehen. Das heißt, wir können uns das alles hier noch ein bisschen weiter nach drüben verschieben. Ist weiterhin der Plan. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons antesten. Den Abtrend auf jeden Fall antesten. Vielleicht sogar ein kleines Fake-Out in Richtung Monats-Pivot, der dann vielleicht gleich aufgekauft wird. Aber das müssen wir dann erstmal gucken. Aber für mich erstmal interessant. Der Abtrend muss halten. Ein Retest wäre gegebenenfalls bullish. Volumen nimmt jetzt so langsam aber sicher ab. Aber gut, wie gesagt, das haben wir gestern schon angesprochen. Und es kann nicht dauernd ohne Pause, sage ich mal, weiter nach oben pumpen. Aber momentan diese Konsolidierung. Ein kleiner Retest nach unten. Vielleicht nochmal ein bisschen ein paar Longs rauskicken. Wobei ich denke, die meisten sind schon viel, viel weiter unten reingegangen. Da wäre vielleicht sogar eher hier dieser Bereich dann für eine neue Long-Position interessant. Um die 70 US-Dollar, falls wir da überhaupt hinkommen sollten. Also bei Luna ist es momentan schwer. Mit einer Long-Position ist man immer gut bedient. Short, wie gesagt, bleibe ich weiterhin dabei. Short ist das Ding nicht. Kann absolut in die Hose gehen. Beziehungsweise, wenn dann nur mini-minimal, mit einem Stop-Loss über den R1 auf jeden Fall. Weil das wäre so dann das übergeordnete Ziel für diesen Monat. Gut, dann, was können wir uns da noch angucken? Polkadot haben wir uns ewig nochmal angeguckt. Momentan hier am 200er SMA. 200er SMA wäre wieder hier perfekter Einstieg zum Shorten gewesen. Also wer den Indikator noch nicht drin hat, holt ihn euch einfach. Ist for free. Und macht was draus. Weil Aeros Eye war relativ weit hoch. Volumen abfallend. Und 200er SMA, 200er EMA, immer Top-Einstiege. Kann ich einfach nur jedem empfehlen, den zu nehmen. Ansonsten, Abtrend erst einmal gebrochen. Wir versuchen den jetzt gerade momentan zu retesten. Also auch Polkadot sieht momentan nicht wirklich bullisch aus. Hier sind die nächsten Support-Zonen ungefähr in dem Bereich bei 17,90 bis ungefähr 17,50. Und der nächste Support würde dann bei ungefähr, wo haben wir denn hier die nächste 4 Stunden die Mahnzone, bei ungefähr 17 bis 16,85 US-Dollar liegen. Diese Support-Zonen sollten halten und dann mit einem Reversal gegebenenfalls nach oben hin ausbrechen. Gut, dann schauen wir uns noch ganz kurz die News an. NFT mehr als nur ein Trend. Ja, wer es braucht. Nicht Spaß. Ansonsten, den Artikel werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Wir hören uns dann heute Abend, 18.45 Uhr. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns auf jeden Fall heute Abend wieder. Ich freue mich drauf. Und wie immer, stay crypto. Nichts wie später. Alles.